Man muss hier leider, wohl oder übel, sofort mal eine Produktion hier starten für Werkzeuge. Eine Eisenerzmine bitte und natürlich den hier und den hier. So, Fußgängerweg. Aktivitäten brauchen die Leute. Achso, haben sie eh, haben sie eh. Wenn sie jetzt mit Getränken befriedigt werden, dann steigen sie eh gleich auf. Dann ist ja toll. So, Kohle ist steigend. Was bist du? Ach, schau an. Stahlverarbeitendes Gewerbe. Achtung, Produktionsstillstand. Dann kommt hier noch so ein Ding her. Dann mache ich wieder hier auf. So, ich komme hier schon wieder ins Minus. Aber das dürfte hingehen. Ich müsste mich hier echt durchackern. Was brauche ich und was brauche ich nicht? Eine Eisenerzmine. Ihr verarscht mich doch. Das Salt. Eine Werkzeugfabrik habe ich hier auch. So. Äh, der Schiff ist wieder unten angekommen. Also kann ich hier ausladen. So. Dann kommt... Scheiße. Ja, dann kommt Scheiße. Ah, jetzt darf ich wieder hier hoch. Ah. Zum Kotzen. Weil ich hier wieder die Hälfte vergesse. Was bist denn du für ein schönes Schiff? Juhu. Wasserbombe. Cool. Hat es ja voll drauf, das Ding. Und jetzt darf es denen bald mal echt besser gehen. Tut es? Tut es? Jetzt glaube ich aber denen den ganzen Fisch. Nö. Passt schon. Ja. Aber den klaue ich die ganzen Getränke. Oder... Ja. Den klaue ich alle Getränke. Aber... Ich wäre ja nicht ich, wenn ich nicht hergehen würde und die Produktion einfach steigern würde. Äh, so. Nen Weg. Dann baue ich hier noch einen her. So. Dann dürfte man ja das eh bald geregelt kriegen. Und dann schraube ich eh gleich noch die Liefermengen runter. So. 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 Brauche ich noch einen Weg. Äh, Weg habe ich gesagt. So. Handelsroute. Einladen. So. Geh mal runter auf. Sech... Sech... Äh... Sechzehn. Ja. Dürfte reichen. Den Fisch einladen. Geh mal runter auf. Zwölf. Mache ich hier auf schließen. Ich habe immer noch einen Plus. Das ist toll. Steigt ihr schon wieder auf, Jungs? Nö. Aber Ingenieure haben. Das ist ja toll. Hier die Ingenieure, oder? Ja. Und ihr kommt noch billig davon. Ihr könnt mich mal... So. Fisch. Wie sieht es mit Fisch aus? Ich glaube, da mache ich noch so ein Ding hin. Wenn ich irgendwo Platz finde. So. Die produzieren alle froh munter. So. Dann ist hier wieder das Schiff. Nehme ich hier... Die wieder mit. Jetzt habe ich hier schon ziemliches Management beieinander. Da ist man leicht überfordert. Ich wusste gar nicht, dass die so viele Mitglieder haben. Äh. Ja. So. Jetzt mache ich die Handelsroute nochmal auf. Äh. Einladen. Kunststoffe bitte. Ja. Du kannst alles mitnehmen. Und hier ausladen. Den ganzen Kunststoff bitte. So. Dann ist ja gut. Schließen. Und hier der darf mal was vorangehen. Ist hier ein Baustopp drin? Nö. Werkzeuge habe ich. Aber hier will nichts. Meine Kinder werden es einmal besser haben, als ich. Aufsteigen. So. Jetzt komme ich zwar wieder ins Minus, aber ich kann es mir ja kurzzeitig mal leisten. Ja. Wohnhaus aufgestiegen. So. Euch sacke ich mal wieder aus hier. Es wird besser. Juhu. So. Wie sieht es aus? Haben wir denn hier Kunststoffe? Lifestyle geht voran. Nahrung. Hier fehlen Burger. Wieso auch immer. Ich weiß, dass ich es in dieser Stadt zu etwas bringen kann. Habe ich hier jetzt keine Burgerproduktion mehr? Was sind denn die Gewürze? Haben die mir ein Handelsschiff zerlegt? Ach nö. Oder. So. Handelsroute. Die Einser bitte. Was hat es denn wieder dabei? Das wie total voll ist. Wo ist denn das Schiff gerade? Das ist eh gerade hier. So. Hier habe ich noch. Aber hier werden meine Gewürze fehlen. Ach. Ich habe doch die Gewürzproduktion mal. Wo ist die Gewürzproduktion? Hier. Die schlafen ja alle. Hier hatte ich es ja kurzzeitig mal übertrieben. Scheiße. Jetzt brauche ich hier noch ein bisschen. Nee. Jetzt warte ich. Äh. Na ist schon klar. Jetzt habe ich Fleisch ohne Ende auf Tasche. Ja. Gut. Passiert. Beschwer ich mich nicht drüber. Die Knete geht ins Plus. Was schläft hier? Kalkstein. Hier haben wir Erdöl. So. Burger haben wir hier auch schon. Kann ich aber hier mal. Uppala. Nein. 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 Ich will nichts abreißen. Okay. So. Wie sieht es hier mit Waren aus? Alkohol haben wir jetzt jede Menge. Nahrung haben wir auch. Steigt das hier auch? Ja. Es steigt. Du kannst wieder deine Steinstahl ausladen. Dann hoffe ich, dass ich jetzt die hier produzieren kann. Ja. Brauche ich noch einen Kolumbus. Ja. Ich brauche noch einen Kolossus dann. Okay. Werkzeuge produziere ich hier genug. Dann kann ich hier mal Stille walten lassen. Du machst einen auf Stille. Du machst einen auf Stille. Du auch. Komm. Scheiß drauf. Scheiß doch der Hund drauf. Eisen brauche ich. Äh. Was ist denn jetzt los? Wieso habe ich jetzt auf einmal 640 minus? 733. Was ist denn hier kaputt? Warnung. Produktion gestoppt. So. Das reiße ich alles weg. Okay. Ja. Weg damit. Will ich nicht mehr. Fuck. Was habe ich jetzt? So ein Minus? Leck mich am Arsch. Kommt. Ich brauche Gebürze. Ich glaube die entwickeln sich zurück. Ja. Ja. Ah. Total vergessen, dass ich die Gebürze... Versorgung mit Luxusgütern mangelhaft. Wo? Hier. Was habe ich denn da jetzt wieder eingestellt? Diese Stadt hat wenig Zukunft. Warum sollten wir hier bleiben? Wieso sind jetzt meine... Jetzt muss ich mal die... Ich drehe ihn auch durch hier. Schließen. Registriere neues Fahrzeug. Ach. Ich... Depp. Ich... 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 Mach hier alles. Jetzt habe ich aber komischerweise ein Plus... ...von über 200. Hä? Ich verstehe es nicht. All unsere Träume. Hier zerplatzen sie wie Seifenblasen. Komm, fahrt die Chip-Produktion hoch. Jetzt muss ich echt gucken, dass ich hier aufpasse, weil... Jetzt glaube ich wieder 1000 Minus. Ich glaube, das Spiel verarscht mich gerade. Oh, Menno. So. Wenn alles so bleibt, wie es ist, kann ich damit leben. Bei euch geht's wieder? Ach, jetzt habe ich so viel... ...Kupferauflager, oder? Wo ist es denn? Ja, Kupfer habe ich... ...habe ich noch irgendwo eine Mine frei. Ja. Da mache ich jetzt eine Kupfermine rein noch. Äh... Echos. Äh... Sehr dramatische Musik. Finde ich gerade. So. Communicator. Chips. Ah, fuck. Reicht wieder gerade so nicht. So. Chips. Äh, nicht Chips. Kupfer. So. Dann mache ich hier... ...Dingensee. Äh, Straße. Bist du jetzt angebunden oder nicht? Ja. So. Drehen wir wieder zurück. So. Dann stimmt die Ansicht wieder. Ein guter Ort. Vielleicht noch nicht großartig. Aber das wird schon noch. Oh, man. Ingenieure, Ingenieure. Ein paar haben sich zurückgebildet. So Angestellten ist jetzt auch nicht so dramatisch. Wenn mir nicht gleich die Kohle ausgeht. Hier könnte die Bevölkerung noch steigen. So ist ja nicht. Was produziere ich hier alles? Waffen produziere ich. Leck mich am Arsch. Schnaps habe ich. Spiel gespeichert. So. Haboppa habe ich auch. So. Jetzt hoffe ich, dass das hier alles passt. So. Gewürze kriege ich auch schon wieder. So. Die Konkurrenz ist hier stark. Aber das schreckt mich nicht ab. Gut. Dann haben wir hier wieder alles gerettet. Was fehlt euch? Nichts. Ah, es geht wieder aufwärts. Toll. Hier haue ich den Baustopp. Ist draußen. Die haben keinen Baustopp. So. Jetzt gehe ich hier hoch. Guck mal, was ich hier noch alles so canceln kann. Äh, ja. Die Waffenproduktion. Wenn ich sie finde. Wäre toll. Strom. Kohle. Strom. Werkzeuge. Passt auch mal. Hier höre ich aber in der Nähe noch so ein Ding. Vielleicht hier rüben. Nö. Die schläft. Die nicht. Die auch nicht. Die Munitionsproduktion kann auch... mich. peopleat zum skynоз side.